Herzlich Willkommen zum neuen Part von der Super Mario Ski D-Land. Mit der dritten Welt geht's jetzt los, Welt 3.1. So, wenn ihr erst wieder dabei seid, liebe Leute. Zuerst mal, dass letzten Tage keine Videos kamen, aber erst in der Zeit auf einer doch so relativ großen Umstrukturierung auf meinem Kanal. Wie ihr unter Umständen vielleicht auch so mitbekommen habt, ist das Wort, ähm, ja, Videoformate ist das Wort 4K. Das ist eine Sache, über die ich jetzt reden möchte. Und dann bin ich auch noch gerade dabei, meine Website sehr zu erneuern und einfach einzuristen. Und das war gerade ein bisschen dumm. Ähm, und das, dieses Wipset anderes, äh, ihr wisst beseit, das dauert halt auch ein bisschen, zack. Das hat auch ein bisschen gedauert, deshalb einfach nur das Info, weshalb die letzten Tage nicht so viele Videos kamen. So, aber dafür jetzt umso besser, die Zukunft von Gamma Codes wird geil. Äh, es ist einfach so, ähm, vor allem, was wir jetzt eben schon im, Streaming. Streaming. Öh, geht's denn nicht neu oder was? Muss ich das nach oben neu, muss man es sein. Sehr was wie ein Streaming und auch ein Videos, äh, bieten. Ist, denke ich mal, ganz cool. Vor allem, weil wir jetzt eben auch 4K anbieten können. Also, für alle, die ein 4K-Bild zum haben, müssten sie es, äh, es funktioniert halt einfach nicht. Ist, ist das dumm? Jetzt halt. Werden sie es freuen, weil man einen Teil deines Places auch in 4K sieht. Nicht alle, aber einen Teil, und da sage ich euch noch gleich, was ich mir dabei eigentlich gedacht habe. Weil, ob man es glaubt oder nicht, ich habe mir dabei tatsächlich was gedacht. Ähm, alles Witzlens Places, die ist nicht live, die ist normal hochladet als Video, kommt ab jetzt, WTF ist das? In 4K? Einfach, weil das funktioniert. Ich mach, ich mach halt keinen Sinn, 3DS Let's Plays in 4K zu machen, weil, ihr wisst alle, die Qualität von 3DS ist alles Möglichste, aber definitiv, nja, nicht 4K. Deshalb, nein. Macht einfach keinen Sinn. Deshalb nicht. Es wird es eher möglich. Es sieht gerade einfach viel schöner aus. Und damit tust du meine Qualität wieder ein Stück weiter erhöhen, was ich noch weiter erhöhen werde. Einfach, ups, einfach weil es eben, ähm... Fuck, war das knapp. Sorry. Ähm, einfach weil ich Qualität noch weiter verbessern möchte, werde, da ist auch ein... Shit. Nee, der Verrecker ist, das ist keine gute Idee. Ich dachte, kommt beim Schluss um wieder hoch, aber auf Nächstes Nächst, dann muss es an der Stoß. So. Weil, aus dem Falle Qualität wird einfach noch viel besser. Ähm, hat einfach auch da was tun, dass... Das ist zum Beispiel auch jetzt bessere... Fuck, fuck. Ja, jetzt hat sich das wieder niss. Mann, wieder um eine Sekunde niss geshaft. Ärgerlich. Äh, ja. Ja, wir werden jetzt auf Weihnachten auch eine bessere Webcam haben. Unter anderem, besseres Mikrofon haben. Shit. Was ist das für ne heiße hier? Junge! Ja. Durchsicht der reinste Sit. Ich meine, die anderen Levels sind so einfach und hier kommt es so ein besteuertes Piss-Level von hinten her. Was einen einfach Richtig hier auseinander nimmt. Hey, wie soll man das sehen? Ähm, so. Jetzt mach ich das hier aber richtig. Yay. Immerhin ein Item bekommen, was hier grad runterfällt. Wollte ich dementsprechend auch nehmen. Wäre es ja nicht so, dass du nach dem unteren Bildschirm das Item drinne habt. Aber okay. Äh, immerhin habe ich ein Item. Das ist das Wichtigste. So. Ich hab tatsächlich ein bisschen was positives Feedback bekommen. Äh, bezüglich meinem, äh, 4K Aufnahmen. Weil ich meine, ich find's auch gut. Weil die, die den 4K wollen... Komm mal, das ist ja viel einfacher mit dem Item, ey. Also die, die die 4K wollen, den Komma. Hahaha. Shit. Das ist eben auch offenziell anbieten. Und ich meine, ja, das hat doch was, ne? So, könnt ihr das Zeug sehen, der Qualität, wie ihr es sehen wollt. In meiner Tourlist könnte ich die ein oder anderen behaupten, das ist unnötig. Ja. Vor allem von meiner Große. Weil ich bin kleiner YouTuber. Wozu braucht der jetzt 4K, was die großen YouTuber wie Nintendo und so weiter haben. Aber, wisst ihr, bei mir ist es, ich persönlich finde es wichtig, wenn ich mir ein Video anschaut, dass die nicht nur die Sound, sondern eben auch die Videoqualität stimmt. Und ich finde, 4K heutzutage ist definitiv drin. Und das ist eben auch der Grund, weshalb ich es auch wollte. Weil ich ein bisschen denke, wie würde ich die Videos sauen wollen, wenn es quasi so sauer wäre. Und ich würde definitiv, ich bin so ein Audio, äh, Audiofilament, äh, wenn es für mich irgendwo, wo irgendwie Videos in 4K gibt oder auch HD meinetwegen ist ja auch in Ordnung, wo halt eben auch eine gute Soundqualität ist, ist das so ein großes, großes Spektrum. Ähm, dass der YouTuber gut ist und dass es mit denen eventuell halt nochmal anzauern. Und, das ist denkst mal nicht bei mir so. So, die Ruhe, die wir jetzt halt fest auf dem Tatschinen, um bereits besuchten Welt zu reisen. Ja, das weiß es schon. Das weiß es tatsächlich noch, ne? Das ist hier noch drin. So, ich nehme mal mein Item, was ich hier noch hab. Oh, das ist so wieder so ein Wasserspaß-Level. Die sind Söni-Level. Die mag es gern. Also, die sind erst traumhafte Unterwasser-Level. Nee, wirklich, das sind die. Ach, der Soundtrack ist richtig zick. So, ich hab jetzt ein Pilz, falls es mal kleiner werden sollte. Was denn mir durchaus easy gehung machbar ist. So. Shit. Der bekommt einfach dasselbe Item wieder, was man grad kurz davor verloren hat. Ah, moin. Okay, da ist ne, äh, Dings drin. Da fragt mich natürlich jemand, die bekommt. Aber ich glaube, die Antwort... Hab ich es mir jetzt schon nie erfahren. Sehr schön. Hab ich es mir schon erfahren. Auch bei der Sound des Deutsch. Und das ist immerhin die erste. Sehr gut. So. Aber wie gesagt, Leute. Ich freu mich so richtig hier auf die Zukunft. So auf den Sendl. Weil... Weil es wird einfach cool. Ne. Ich meine, jetzt wird am Donnerstag kurz das alles so ein... wird Luigi's Mansion LP starten. Ähm... Da haben wir auch LPs, die sind erst cool, ne. Und ich dachte, Luigi's Mansion ist so ein Projekt, das kann man richtig cool eigentlich... Also, ich dachte mir zuerst, komm, David, das streamst du jetzt mal. Und da dachte ich mir, du hast eh so viele Streamprojekte. Ne, das streamst du nicht. Das bringst das reguläre Videos. Weil ich hab zwar gesagt, bla bla bla, Streaming ist die Zukunft von YouTube, etc. Pee... Pee... Ich sie auch. Gar keine Frage. Aber es gibt mal bei... Nachhalt auch noch... mehr als nur Streaming. Und ab und zu zumindest sollte man auch noch regulär normale Videos hochladen. Und deshalb halt mich das so entschlossen. Oder werde es höchst, was heißt. Es ist noch nicht festgelegt. Es legst immer erst drei Minuten fest, bevor ich sie aufnehme. Ah, shit! Was ist denn das für ein fettes Ding hier? Äh... Auf jeden Fall... Wärde ich dementsprechst. LPs Mansion 1 höchst, was heißt, Videos hochladen. Gleich Release den ersten Part bei Release... Oh nein... Ähm... Den ersten Part bei Release, wer das wieder ist. So... Also... Stream... Aber der ganze Rest... Moment... Kommt mal da irgendwie... Okay, ich glaub wir konnten auch da lang... Swimmen. Aber das will ich jetzt glaube es... Ja doch, der muss doch eigentlich auch hochgehen, ne? Habe ich mir jetzt doch gedacht, dass es hier irgendwo noch so ein Secret weh gibt, wo man lang müssen, weil alles andere wird einfach keinen Sinn machen, ne? Alter! Das ist ja so ne Sache... Mit dem Fahren... Boah... Die muss das S noch üben, weil die S nicht gut läuft. Ey... Ne, ne, ne... Ich sag sowas. Spice und abgeschlossen. Ui... Was haben wir hier? Etwa ein Tothaus? Sommen wir hier zuerst rein. Machen wir in der Nacht natürlich auch noch das dritte. Wir haben hier ein Album vorbereitet. Saust dir doch ruhig mal an. Ui... Ein Album. Bin ich jetzt mal gespannt. Hey, das ändert mich irgendwie ein kleines bisschen an Captain Toad Treasure Tracker. Ah, wenn ich auf... Ich... 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 Das ist... Ne... Das ist... aber das ist gut sein vielleicht gibt der mir auch irgendwas aber ne sieht nicht so aus dann let's go out of here ist out of here überhaupt ein deutscher Satz ich glaub der nicht ne der hat auch nix oder nope aber ich find's von dem Hintergrund her wirklich total schön ne also ich mag das Spiel S gern es gibt oh Gott das mag ich wiederum nicht es gibt nur wenige Spiele des Mario Spiele ich noch lieber mag eins davon hier muss man wirklich rennen eins davon ist zum Beispiel für meine Galaxy 2 was wirklich mein ultimatives Lieblingsspiel ist für Mario ich mag das lieber als dieses hier lieber als 3D Land äh 3D Wildman ist was auch an zwei Lieblingsspielen ist ähm für den Moment wo man plötzlich wieder normal ist wo man gerade noch halt nicht normal war also ingame ich wäre so beinah runtergefallen ich hab's direkt meines Todes bekommen also muss man erst Nelson wenn man einmal so ein Ding gerührt hat da muss man aufpassen aber das ist hiermit ja wieder eher ein bisschen einfacher sag ich mal fuck sagte ich und verlor mein tolles Item supi oh da ist ein Toad der missruft hab ich irgendwie in einem anderen Part hoffentlich nicht mal volle kann übersehen hab ich den einfach reinlassen ist doch nicht so die feine Art aber moin kann man trotzdem ja immer machen ohja nur das Level auch wenn es mit dem Fahren noch üben muss war eigentlich doch gar nicht so schlimm jetzt hab ich irgendwie auch keine Coins eingesammelt aber das Level an sich war nicht schlimm ja ja gut mehr oder weniger gut mehr oder weniger zufrieden sagen wir jetzt hier mit dem Ergebnis ist jetzt ne Leute ne das hat was so ne das war's mit dem Part von Super Mario D Land ja ne Mario Party kommt ab dem Tag in der Früh in 4K also um 12 4K ne together unbedingt mal reinzaunen ist sehr cool und ich bedanke mich jetzt ganz ehrlich beim Zunzaunen von dem Part von Super Mario Schilliland liebe Leute Kürt die Bis zum nächsten Mal.